Den Bayern Cloud Messenger findet ihr, wenn ihr in der Suche Bayern Cloud eingebt und dann auf die Bayern Cloud klickt. Der ist nämlich noch ein bisschen versteckt. Dann natürlich anmelden und das MEBIS-Passwort eingeben. MEBIS Bayern Cloud ist das gleiche Passwort. Und dann hier gibt es viele Knöpfe und weil wir Pilotschule sind, ist hier, muss man da suchen, ist der Bayern Cloud Messenger etwas noch weiter hinten und da ist er. Draufklicken und dann könnt ihr im Browser den Messenger verwenden.